Am Anfang kann man sich natürlich vorstellen, steht man da oben und hat die Hosen voll. Ich erwarte viel Fall. Ich erwarte ein paar Injury, ein paar Top-Speed. Hier geht's, die Männer-Final von München. Scott sieht gut aus. Oh, er hat ein bisschen zu viel Luft genommen. Das könnte ihm hier am letzten Jump kosten. Ein fantastischer Heiz für Kamer Nas, zwei in ein Ruhm in 2016. Gerade so ein Event, wenn dann morgen über 20.000 Leute zuschauen, besser geht's eigentlich mit der Drohne, die noch frei beweglicher ist. Das kann einfach nur geil sein. Die Vielen Dank.